Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Die Frage des Tages. Gestern fuhr mal wieder ein Orantransporter von Gronau über Münster nach Frankreich und wir wollten von den Münsteranern wissen, was sie davon halten. Jeder Atomtransport in irgendeiner Form ist völlig überflüssig. Oran, das sind immer irgendwie Strahlen und so und das ist immer nicht gesund für die Umwelt und für die Menschen. Wenn sie keine anderen Wege haben, was bleibt ihnen über? Das ist schädlich für die Umwelt und ich finde das nicht gut, das sollte nicht in Deutschland gemacht werden. Also ich finde halt, dass das nicht gut ist. Ich finde gut, dass es auch Leute gibt, die dagegen sind. Ich mag Atomkraft sowieso nicht. Ich bin komplett dagegen, weil ich das einfach fahrlässig finde. Ja, das finde ich absolut unmöglich, weil Münster sich dagegen beherren wollte. Uns ist heute aufgefallen, dass leider nicht so viele Münsteraner Bescheid wussten, dass gestern ein Orantransport durch Münster fuhr. Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass die Münsteraner nicht so gut auf Orantransporte durch Münster zu sprechen sind. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.